Fühlen Sie sich frei oder haben Sie die Sicherheit gewählt? Seltsame Alternative? Sie wollen natürlich beides. Sicherheit und Freiheit. Total. Oder sind Sie bereit, um des einen Willen auch Abstriche beim anderen zu machen? Ja, ob im Privatleben, im Beruf, in Gesellschaft oder Politik, der Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit lässt sich nicht vermeiden. Das war schon immer so. Auch schon vor dreieinhalbtausend Jahren, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ja, und noch immer werden die Menschen trotzig und wütend, wenn sie beides nicht einfach zusammen haben können. Und es ist schon sehr interessant, in welcher Weise Gott sein Volk dann erzogen hat, damit sie lernen, ihm zu vertrauen. Und wie steht es da mit uns? Im zweiten Buch Mose Im Kapitel 16, Abvers 2, da heißt es Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch das Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, sehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander Manu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat Das ist's aber, was der Herr geboten hat Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht Ein Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte Und die Israeliten taten es und sammelten Einer viel, der andere wenig Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte Und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte Tja, wir haben es hier mit dem Murren eines ganzen Volkes zu tun, das also unzufrieden ist Natürlich ist es wie immer Es werden jetzt nicht alle Tausende gleichzeitig gemurrt haben Sondern sie werden dann diejenigen, die besonders gut oder besonders laut murrend vorgeschickt haben Jedenfalls Ausdruck ihrer absoluten Unzufriedenheit Denn sie sind jetzt in der Wüste Ja, jetzt muss man sich klarmachen, was vorher passiert war Und was auch jetzt immer noch gegenwärtig ist Nämlich, es ist gegenwärtig eine sichtbare Präsenz Gottes Also in der Nacht eine Feuersäule und am Tag eine Wolkensäule Jetzt sind sie in der Wüste Aber sie, was ist zuvor passiert? Sie sind aus Ägypten herausgeführt worden Sie sind verfolgt worden Und zwar militärisch verfolgt worden Sie sind durch das Schilfmeer entkommen Die militärische Präsenz ist hinter ihnen hergerast und ist in den Wassermassen umgekommen Sie haben dann die angeschwemmten Leichen gesehen Sie waren total beeindruckt, klar Das heißt, sie haben erfahren, dass es einen mächtigen Gott gibt, der sie zu retten gewillt ist Jetzt kommen sie so eher in die Wüste Das ist jetzt nicht so eine Sandwüste Sondern eigentlich so etwas wie eine ziemlich karge Steppe Weil sie selber sind ja auch dann so etwas wie Nomaden Sie haben Kleinvieh mitgenommen Also ihre Herden Und das sind nun mal Schafe und Ziegen im Wesentlichen Und es geht darum, von Wasserstelle zu Wasserstelle weiterzuziehen Und wenn es immer karger wird Dann heißt das, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird Was die Vorräte anbelangt Sie werden knapp Sie sind vermutlich schon bald aufgebraucht Und sie sind logischerweise in Sorge Sie wissen nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird Sie erleben das, auch völlig logisch, als Bedrohung Sie merken, dass jetzt Mangel herrscht Sie bekommen Angst Ja, das ist jetzt etwas, was uns vielleicht gar nicht so fremd ist Aber wie kann man jetzt darauf reagieren Oder wie hätten sie darauf reagieren können Sie hätten zum Beispiel anfragen können Sie hätten bitten können Sie hätten sagen können Ja, es wird jetzt ziemlich knapp Und wir wissen nicht, wie wir die Zukunft jetzt gestalten sollen Jetzt, wenn wir jetzt hier weiterziehen Was lässt sich denn da tun? Sie hätten ja auf die Art und Weise reagieren können Nein Sie reagieren so, wie wir das auch kennen Mit einem massiven Vorwurf So kann man doch viel mehr erreichen Sie fahren auch gleich so richtig schweres moralisches Geschütz auf So im Sinne von Ihr habt uns hierher geführt, um uns hier in der Wüste verhungern zu lassen Das heißt ja nichts anderes übersetzt als Was seid ihr für Verbrecher? Ja, und sie entwickeln mehr als einfach nur eine Sorge und eine Anfrage Oder eine Kritik Sondern sie entwickeln Wut Sie sind jetzt so richtige Wutbürger Kennen wir doch irgendwo her Und da sucht man natürlich auch nach Schuldigen Das muss sich doch personalisieren lassen Ist doch klar Die Wolkensäule, die kümmert sie offensichtlich gar nicht mehr Sondern sie machen jetzt das an Mose und Aaron fest Und das sind die beiden Verbrecher, die ihnen das jetzt hier antun Und sie sind dazu bereit, auch maßlos zu übertreiben Wie das immer so ist, wenn man sich so richtig in Rage redet Also uns ist das ja sehr bekannt in der Gegenwart Ja, es sind die Ängste, es sind die Sorgen Und das sind die Vorwürfe und sofort gibt es Schuldige Und man wird wütend und man geht gegen sie vor Letztendlich entstehen aus einer solchen Haltung natürlich Erwartungen und eine Hoffnung, dass da etwas ganz anders werden sollte Das sind unerfüllte Ansprüche Und die müssen wir uns mal klar machen Was sind denn die Ansprüche gewesen Was haben sie denn sich eigentlich erwünscht Und was ist jetzt nicht passiert Wo klemmt es denn eigentlich Außer, dass jetzt eventuell die Vorräte zur Neige gehen Nun ja, sie haben ja die Erfahrung von Macht erfahren Da sind zwei, die offensichtlich sich sehr gut stehen Mit diesem Gott, der sie jetzt durch die Wüste führt Der hat sie sehr erfolgreich vor allen Gefahren beschützt Und dann wird doch diese Macht doch auch zu mehr im Stande sein Sie erwarten eigentlich so etwas wie eine Vollversorgung Also da angesichts der Erwartung einer Vollversorgung Ist das doch klar, dass wenn Mängel auftreten Wenn Sorgen auftreten, wenn es mühseliger wird Wenn es auch ein bisschen knapp wird Das ist doch eigentlich schon eine Unverschämtheit Angesichts dessen, dass sie jetzt eigentlich voll versorgt werden könnten Gerade eine solche Macht weckt doch eine solche Erwartung Tja, wenn man schon mal sich in Rage geredet hat Dann beginnt natürlich auch dann die Argumentation In genau der gleichen Art und Weise sich zu verzerren Der Rückblick auf ihr Sklaven-Dasein Das wird sehr verklärend Ja, die tun dann so, als ob das alles ja richtig gehen Ja, Fleischtöpfe und Brot und alles das Ja gut, vermutlich hatten sie gesicherte Mahlzeiten Mit Sicherheit, ja, gut Sklaven, die man verwendet für die Arbeit Die versorgt man so weit, dass sie zumindest keinen Hunger leiden Weil auf diese Art und Weise ihre Arbeitskraft gewährleistet wird Aber interessant ist Dass sie Obwohl Ihr Gott präsent ist Dass sie kein Vertrauen entwickeln Das heißt, die Not, in der sie sich befinden Ist eigentlich viel eher eine Befürchtung Sie fürchten sich vor dem, was passieren könnte Was aber noch nicht passiert ist Ist noch niemand verhungert Also es ist keine Realität Aber sie beginnen jetzt so richtiggehend Ja, sagen wir mal Eine bösartige Verschwörung zu inszenieren Die jetzt durch Mose und Aaron So als gesamter Volksmord offensichtlich inszeniert ist Ja Da müssen wir uns jetzt mal klar machen Was eigentlich zum Vertrauen dazu gehört Wann ist denn überhaupt Vertrauen nötig? Na ja, grundsätzlich nur Wenn wir in irgendeiner Weise tatsächlich auch ausgeliefert sind Wenn wir abhängig sind Wenn wir uns sicher fühlen Wenn wir das Gefühl von Kontrolle haben Wenn wir in der Lage sind, über Ressourcen zu verfügen Und das alles in unserer eigenen Macht steht Da brauchen wir kein Vertrauen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist kein Vertrauen Sondern einfach nur das Gefühl von Sicherheit, klar Und hätten wir jetzt eine Garantie der Vollversorgung Nehmen wir mal an Das wäre jetzt wirklich so Dass Gott ganz selbstverständlich Sie immer komplett mit allem Was sie sich nur gewünscht hätten Versorgt hätte Was passiert bei einer Vollversorgung? Das, was in Ja, westlichen Gesellschaften Die vergleichsweise reich sind Tatsächlich auch passiert Man gewöhnt sich daran Dass man sein Auskommen hat Man wird irgendwie träge Man entwickelt Ansprüche Man möchte mehr haben Besser haben Es gibt immer noch was Besseres Zu allem gibt es etwas Besseres Das heißt Die Vollversorgung stärkt grundsätzlich nicht das Vertrauen Weil es gibt kein Vertrauen in etwas Funktionelles Die Sicherheit ist etwas Funktionelles Wenn ich das Gefühl von Sicherheit habe Dann weiß ich, ich kann an den Knöppen drehen Die mir die Sicherheit gewähren Aber Vertrauen ist ganz offensichtlich etwas Persönliches Vertrauen ist etwas anderes als Sicherheit Ja, wie ist denn unsere moderne Situation Wir leben ja in einer Gesellschaft In der tatsächlich diese Scheinsicherheit und die Scheinkontrolle Zum Grundempfinden gehört Das gibt eine ganze Menge von Bedingungen Die dieses Grundempfinden auslösen Das fängt mit dem Einkommen an, das man hat Dann gibt es ein normalerweise funktionierendes Gesundheitssystem Es gibt diese berühmte Rettungskette Polizei, Sanitäter, Feuerwehr Die also sich da ein THW-Event sein muss Es gibt die soziale Absicherung Es gibt die Möglichkeit der Technik Es gibt die Dämme Oh, Dämme Oh, jetzt haben wir natürlich Erinnerungen An ein Hochwasser Das offensichtlich jede Form von Sicherheit gesprengt hat Denn wir glauben ja auch an die Vorhersage Aber die Vorhersage hat, obwohl sie vielleicht funktioniert hat Doch nicht zu der Wirkung geführt Man muss sich einfach mal Folgendes klar machen An dem Beispiel wird das so deutlich Vor so ziemlich genau 100 Jahren Und so ziemlich genau vor 200 Jahren Gab es im Ahrtal tatsächlich Ein absolut vergleichbares Hochwasser Das Häuser weggerissen hat Das Brücken zerstört hat Wo Menschen gestorben sind Man hat es schlichtweg vergessen Es ist nicht mehr in der Erinnerung der Bevölkerung Oder in der Erinnerung derer, die für die Bevölkerung auch mitverantwortlich sind Man ist träge geworden Und aus dieser Trägheit heraus entsteht auch so ein Hochmut, der sagt Eigentlich kann doch nichts passieren Aber es stimmt schlichtweg nicht Nur weil die ganze Zeit über nichts passiert ist Heißt das doch nicht, dass jederzeit das nicht passieren kann Und das bezieht sich auch auf unser persönliches Leben Wir sind faktisch ausgeliefert Und es gibt keine Sicherheit in dem Sinne Auf die wir uns hundertprozentig verlassen können Oder anders ausgedrückt Alles, was mit Sorge, mit Not, mit einem Mangel, mit Problemen zu tun hat Erinnert uns an eine elementare Tatsache Nämlich, dass wir unser Leben gar nicht im Griff haben Gar nicht im Griff haben können Wir sind faktisch auf eine höhere Fürsorge angewiesen Wir sind faktisch wirklich wie Kinder Die ihr Leben nur beschränkt bestimmen können Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen Auch wenn wir uns anmaßen, wir hätten alles im Griff Es wird passieren, hundertprozentig bei jedem Dass er die bittere Erfahrung machen kann Dass das schlichtweg nicht stimmt Und was heißt dann jetzt Vertrauen? Ja, Vertrauen hat etwas mit Anvertrauen zu tun Und Anvertrauen ist tatsächlich so etwas ähnliches wie Sich leiten lassen Sich leiten lassen von jemandem, dem man vertraut Das ist interessant, weil Das hat etwas schon mit dem Begriff Gehorsam zu tun Aber Gehorsam, das hat insbesondere Nach den Erfahrungen unseres Volkes Eher so eine Art von Unterwerfungsgehorsam Der dadurch ausgelöst wird als Erinnerung Das ist damit nicht gemeint Ein vertrauensvoller Gehorsam Ist ein Gehorsam, da steht ja Horr, hören Ist eine Bereitschaft zu hören Also sich leiten zu lassen Ein Gespür dafür zu bekommen Dass wir geleitet werden Und dass sich jemand um uns kümmert Und die Not Jetzt könnten wir statt Not auch Wüste sagen Die ist immer ein Prüfstein für Vertrauen Und jeder von uns wird für Kürzere oder längere Zeit Durch Wüsten hindurch müssen Was macht Gott jetzt mit seinem Volk? Ja, ganz schlichtweg Er betreibt Vertrauenserziehung Er ist nicht bereit, sie jetzt verhungern zu lassen, klar Er ist bereit, sie zu versorgen Aber nicht im Sinne dieser Vollversorgung, die träge macht Sondern er ist bereit, ihnen täglich genau das zu geben, was sie brauchen Also einen täglichen Brotersatz Dieses Manna, Man-Hu Das heißt eigentlich, was ist das? Und daraus entsteht dann Manna, Man-Hu, Manna Was das genau war Das lässt sich heute eigentlich gar nicht mehr sagen Es gibt zwar sowas ähnliches wie Manna-ähnliche Dinge Die von Pflanzen ausgeschieden werden Aber die können gar nicht in der Menge jetzt natürlicherweise Dann morgens, nachdem der Tau weggetrocknet ist, auf dem Boden liegen Ja, täglich ein Brotersatz Und saisonal Fleisch Durch die Wachteln Das ist real Die sind wirklich dort Und die können auch dort in großen Schwärmen dort landen Und sind eigentlich zu träge Die kann man fast direkt und unmittelbar fangen Also Fleisch hatten sie dann auch Aber was heißt das? Gott gibt ihnen immer genau das, was jeder braucht Aber nicht auf Vorrat Außer natürlich für den Schabbat Bei dem sie ja nicht arbeiten sollen Also noch nicht mal sammeln sollen Da brauchen sie ja einen Vorrat Und nur das funktioniert auch Das heißt, er sorgt dafür, dass nämlich Wenn sie jetzt mehr sammeln Dass das vergammelt Wenn sie glauben, sie könnten jetzt für drei Tage sammeln Und dann hätten sie mal ein bisschen Ruhe Und müssten dann nicht weiter sammeln Dann sehen sie dann nur, dass es verfault Aber jeden Tag Können sie genau das, was sie brauchen Von Gott annehmen Das ist ein Training Das ist ein Training für das Anvertrauen Das ist ein Training dafür, dass sie ganz selbstverständlich Die Abhängigkeit Und gleichzeitig die Fürsorge erleben Ja, was können wir denn eigentlich daraus lernen? Heute geht es uns ja jetzt nicht so sehr um Diese materielle Versorgung durch irgendeinen Gott Obwohl das häufig auch eine Rolle spielt Aber für uns ist die seelische Versorgung Viel, viel wichtiger Was wir nämlich brauchen ist Seelisch betrachtet Kraft Wir brauchen Kraft, um diese ganzen Anforderungen zu bewältigen Unter denen wir stehen Und haben sie schon mal versucht Diese Kraft zu sammeln Und als Vorrat irgendwo einzulagern Damit sie diese Kraft haben Klappt nicht, ne? Das heißt also Die Kraft, die wir benötigen Brauchen wir Täglich Und sie reicht auch meistens nur Knapp Also anders ausgedrückt Es ist so ähnlich Wir brauchen ein tägliches Mana Damit wir tatsächlich unser Leben Gut leben können Aber wie kriegen wir das denn überhaupt? Genauso wie damals auch Nämlich durch Anvertrauen Und durch die Bereitschaft Uns leiten zu lassen Wenn wir das nämlich nicht machen Brennen wir aus Dieses entsprechende Krankheitssymptom Kennen Sie Da haben wir also dieses Burnout Und wie das alles heißt Erschöpfungssyndrom Oder Sorge, die einen irgendwie innerlich kaputt macht Aber auf alle Fälle ist das ein Zustand In dem uns die Kraft zunehmend verlässt Nun ist dieses Vertrauen auch nicht etwas Was man so im Kölschen Slang sagen könnte Ihr seid schon immer gut, ihr Jange Im Sinne von Brauchen wir uns nicht drum zu kümmern Brauchen wir keine Sorgen zu haben Oder so Nein, das ist überhaupt kein Vertrauen Vertrauen ist immer aktiv Vertrauen bedeutet immer sich auszurichten Und gehörsam zu werden Also zu hören Also ist Vertrauen immer eine Frage der persönlichen Beziehung Es ist nicht möglich, dieses Vertrauen irgendwie funktional zu verstehen Nach dem Motto Wir vertrauen irgendwie auf ein System Oder auf eine Struktur oder so Sondern wir können immer nur persönlich vertrauen Wie soll das möglich sein? Ja Indem wir der Person vertrauen Damals waren es Mose und Aaron Die jetzt als Stellvertreter des Gottes Dort ihnen gesagt haben, was Gott von ihnen will Und sie mussten ihnen den beiden vertrauen Damit es überhaupt weiterging Und dieses Vertrauen war berechtigt Heute haben wir keinen Moses und keinen Aaron mehr Aber wir haben heute Jesus Er ist derjenige, dem wir vertrauen können Aber wie können wir jemandem vertrauen, wenn wir uns überhaupt nicht für ihn interessieren? Das ist die erste Frage Und dann können wir jemandem vertrauen, dem wir nicht hören? Wir müssen hören Die hörsam werden heißt, wir müssen überhaupt ihn hören Aber hören wir ihn? Ja, wenn wir ihn nicht fragen, hören wir ihn natürlich auch nicht Wenn wir nicht nach ihm suchen, werden wir ihn auch nicht finden Das heißt, wenn sie Kraft brauchen Sozusagen das Seelenmanat für das tägliche Leben Damit sie wirklich zu ihrem persönlichen gelobten Land kommen können Dann wäre es ganz sinnvoll Jetzt hier Vertrauen zu fassen Zu ihm, der sie tatsächlich führen will Und zwar ganz persönlich Probieren Sie es aus Und zwar ganz persönlich Und zwar ganz persönlich Aber das ist die erste Frage Und zwar ganz persönlich Untertitelung des ZDF, 2020